Funktionsbeschreibung Die Zahnradpumpe besteht aus einem Pumpgehäuse mit zwei Zahnrädern, die ineinander greifen und sich entgegengesetzt drehen. Im oberen Pumpgehäuse dringen die Zähne in die Zahnkammern ein und drücken die Flüssigkeit aus den Kammern nach oben. Unten verlassen die Zähne die Zahnkammern. Durch die Volumenvergrößerung entsteht ein Unterdruck, der die Flüssigkeit ansaugt. Ich ändere nun die Drehrichtung der Zahnräder. Die Zähne dringen jetzt unten in die Zahnkammern ein und verlassen sie oben. Die Strömungsrichtung ändert sich dadurch. Mit einer steigenden Drehzahl der Zahnräder erhöht sich die Durchflussmenge pro Sekunde. Einsatzbereich Zahnradpumpen findet man als Motorölpumpen in PKW-Motoren und Ölzentralheizung. Ebenso als Hydraulikpumpen und als Pumpen in medizinischen Geräten. Sie läuft leise, ist wartungsarm und kann einen Druck bis 300 Bar bezeugen.